Osteolysen im Kieferknochen, auch bekannt als fettig-degenerative osteonekrotische Kieferknochen, sogenannte F-Docs, chronisch-ischämische Kieferknochenerkrankungen, CIBD, oder Neuralgie-induzierende, kavitätenbildende Osteonekrose, die sogenannte NICO, sind chronische Entzündungen im Kieferknochen. Die bleiben im konventionellen Röntgenbild meist unentdeckt und entstehen oft als Folge alter, nicht optimal verhalter Zahnextraktionswunden, Zahnkeime oder Fremdkörper. Überall dort, wo Weisheitszähnen entfernt wurden, insbesondere dann, wenn die Extraktion in der Pubertät erfolgte, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese chronischen, entzündeten Extraktionswunden sich entwickelt haben. Im Endeffekt war der Körper damals nicht gut auf die Operation vorbereitet und im Anschluss an die teils sehr invasive OP nicht in der Lage, adäquat zu heilen. Allerdings können Osteolysen auch im Bereich der zweiten Weisheitszähne, die sogenannten Neuner, und im Bereich von Weisheitszahn oder anderen Zahn-Nichtanlagen entstehen. In diesem Fall hat sich das Zahnsäckchen, also der Zahnkeim, ist im Endeffekt Haut, es hat sich nicht entwickelt und ist degeneriert und auf Dauer wird es ebenfalls fettig und bildet eine ideale Höhle für Bakterien, Pilze, Viren und Parasiten. Ganz ähnlich wie bei wurzelbehandelnden Zähnen, also endodontisch behandelnden Zähnen, entstehen im Kiefer toxische Substanzen und entzündliche Zytokine wie TNF-Alpha, Interleukin-1-Beta, IL-6 oder auch RANTES, die systemisch verschiedene Symptome verursachen können. Besonders häufig sind neurologische bei der NICO, Gelenk- oder Magen-Darm-Probleme. Diese können bei Verdacht mittels einer 3D-Volumentomographie, also einem DVT, gut diagnostiziert und von einem qualifizierten biologischen Zahnarzt gelesen werden. In den meisten Fällen jedoch nicht von einem herkömmlichen Zahnarzt, leider bisher nicht, weil es ist noch keine Schulmeinung, schulmedizinische Meinung. Seit zwei Jahren verwenden wir bei Verdacht auf diese F-Docs oder Nikos noch das Kavita-Ultraschallgerät, mit dem es uns möglich ist, die Knochendichte ohne jegliche Strahlung zu bestimmen, was uns noch weitere Anhaltspunkte für die Indikationsstellung gibt. Wer also neugierig ist auf diese Nikos oder besser F-Docs, der kann seinen Zahnarzt um eine Panorama-Schichtaufnahme, bitten als ein zweidimensionales Röntgenbild, gefolgt von einer dreidimensionalen Röntgenaufnahme. Es ist aber einfach super wichtig, einen Zahnarzt aufzusuchen, der sich überhaupt mit F-Docs oder Nikos auskennt und in der Lage ist, deren pathologische Strukturen zu erkennen auf einem DVT. Zahnärzte, die daran nicht geschult sind, werden sie auf einem Röntgenbild nicht finden können, ganz simpel. Positiv ist aber, dass diejenigen Zahnärzte, die F-Docs erkennen können, auch in der Lage sind, sie dann zu behandeln. F-Docs müssen chirurgisch entfernt werden. Hierzu verwenden wir die mikroinvasive Piezochirurgie, sodass nichts verletzt werden kann. Die Wunde wird mit Ozon gereinigt und desinfiziert. Da kommt in einem anderen Video noch viel mehr dazu. Ozon ist das Miracle Molecule. In meiner Praxis wird die Wundberechte dann mit PRF-Membranen gefüllt. Dabei handelt es sich um sozusagen intelligentes biologisches Material, das aus dem Blut von den Patienten selber hergestellt wird und damit sehr natürlich und biokompatibel ist. Dieses Verfahren greift also auf einen Mechanismus zurück, den der Körper normalerweise zur Selbstheilung nutzt. Genial einfach. Wenn der menschliche Körper verletzt wird, bildet er Proteine, um den Wundheilungsprozess zu beschleunigen. Diese können dann für die Produktion von natürlichem Gewebe verwendet werden. Dem Patienten wird im Endeffekt ein kleines bisschen Blut entnommen. Das wird dann zentrifugiert, um eine Suspensionsflüssigkeit mit einer hohen Konzentration von eben diesen Blutplättchen herzustellen. Diese PRF-Membranen. Und diese Blutplättchen enthalten die für die Geweberegeneration erforderlichen Informationen, wie zum Beispiel verschiedene Wachstumsfaktoren, sogar Stammzellen, Peptide, Stammzellen ungefähr 1,2%. Und wenn man diese Membranen dann in die verletzten Bereiche des behandelten F-Docs-Areal einbringt, dann dienen die dort als Matrix für die Knochenregeneration und stimulieren auch noch die Geweberegeneration. Das ist absolut genial. Damit alle Patienten optimal auf die Heilung und Regeneration der Operation vorbereitet sind und eben nicht im Winterschlafmodus operiert werden, beginnen unsere Patienten bereits zwei bis vier Wochen, je nachdem wo man gerade steht, vor der geplanten Behandlung mit dem Ernährungsdesign-Konzept und dem Bone Healing-Protokoll. Damit eben alles optimal heilen kann.